In die Terminal-Forward-Schritt, mit Arm-Strike, Stretch auf der letzten, und dann in die Chucks voreinander. Es entsteht Kompression, Stretch, Kompression, Stretch, die ganze Zeit über. Kompression entsteht, wenn wir uns aufeinander zu bewegen. Dafür nehme ich die Arme ein Stück raus, dann kann ich die Lede schön mit meinen Großmuskeln bewegen. Fühlt sich sehr, sehr geschmeidig an. Alles, was ich nach innen mache, ist Kraft. Da ist keine Geschmeidigkeit mehr drin, fast keine Kontrolle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, acht, 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 acht. Und, von der Promenade sind wir in G-Kicks gegangen. Ba, ba, rück, platz, kick, setzen, kick, setzen, rück, platz, kick, setzen, kick, setzen. Würde ich rausgehen, nehme ich die Lede einfach wieder mit. Wenn ich das verlängern, habe ich die Möglichkeit, eine Seitflassröbung dazu zu machen. Dadurch sieht es auch ein bisschen spektakulärer aus. Das geht dann so. Und, wenn ich die Seitflassröbung sehr, sehr exzessiv mache, kann ich das so tun. Komm, dich vor den Partner stellen.